Was ist Zeit? Wie langsam ist sie? Oder wie schnell? Und was macht sie mit uns? Was trägt uns an? Erfolg, der oft nur oberflächlich ist und aus unserer Wahrnehmung so schnell verschwindet, wie er auftaucht. Wir suchen nach Konturen. Nach Orientierung und Seele. Musik 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 Neu hinterfragen Musik 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 Wenn Leidenschaft auf Präzision trifft, Musik Geduld sich mit Demut bat, Musik entsteht Bleibendes. Musik Das treibt uns an. Und die, die uns begleiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020